Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Debattenkultur ist auch ein Standortfaktor für eine liberale Demokratie. Wie gelingt es uns, lösungsorientiert sachlich über Themen zu diskutieren? Die Debatte heute und leider auch die Reaktionen auf die Vorschläge von Innenministerin Faeser während der Sommerpause, finde ich, waren ein Beispiel dafür, wie man Debatten auch von absichtsvollem Missverstehen bis hin zu inflationärem, verantwortungslosem Gebrauch des Rassismusvorwurfs nicht lösungsorientiert prägen kann. Die Reaktionen auf die Vorschläge der Ministerin waren eher ein Panoptikum der beliebtesten Totschlagargumente, in dem Menschen, Mangels oder wieder besseres Wissen einige den Begriff der Sippenhaft eingeführt haben. Dazu muss man sagen, wer ernsthafte Vorschläge karikiert, um vermeintlich Recht zu behalten, der leistet eben keinen Beitrag zu einer lösungsorientierten Debatte. Ganz im Gegenteil. Wer sich mit der Praxis austauscht, der hört ganz andere Erfahrungen. Viele Migranten sind es aus ihrem Heimatland gewohnt, auch Misstrauen zu haben gegenüber Polizei, weil sie von den Strukturen Erfahrungen mit autoritären Systemen geprägt sind, in autoritären Staaten. Da ist es gerade eine Aufgabe, die Wesensunterschiede unseres demokratischen Rechtsstaates zu vermitteln, Vertrauen auch zu unseren Behörden zu fördern und nicht mit solchen Begriffen wie Sippenhaft zu hantieren. Damit tut man das Gegenteil, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es braucht viel mehr Aufklärung. Und klar ist selbstverständlich, ein Nachname ist kein Grund für eine Ausweisung, sondern es ging um konkrete Tatbestandsmerkmale, um konkretes Verhalten von Personen, an das Rechtsfolgen geknüpft wird. Wichtig ist aber auch zu sagen, es liefe auf ein Täterschutzprogramm hinaus, wenn jeder Druck auf milieus mit Migrationshintergrund als rassistische Repression diskreditiert würde. Es geht immer um die Anknüpfung an konkretes strafbares Verhalten. Eine entschlossene Reaktion darf nicht aus falscher Rücksichtnahme ausbleiben. Das Phänomen klar zu benennen, ist notwendig, auch um Täter von Mitläufern zu trennen und um die Gefüge aufzubrechen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der freiheitliche Rechtsstaat muss sensibel und robust zugleich handeln. Sensibel heißt, natürlich Stigmatisierung zu vermeiden. Die Landeskriminalämter zum Beispiel nennen regelmäßig nicht öffentlich Familiennamen. Und da, wo manche auch regelmäßig Gegenstand der Berichterstattung sind, die bekannten Namen, hat das mehr mit deren Dominanzgehabe zu tun und eigener Suche der Öffentlichkeit und nicht mit Indiskretion unserer Behörden. Und gleichzeitig ist natürlich Präventions- und Ausstiegsprogramme, auch die gehören zum sensiblen Vorgehen. Er muss aber auch robust sein, handlungsfähig. Das Gewaltmonopol des demokratischen Rechtsstaates durchsetzen und gerichtsfeste Erfolge zu erzielen, das ist schwierig, erfordert hartnäckige, harte Arbeit unserer Ermittler, unserer Fahnder in allen Behörden. Und wir brauchen hier eine bessere Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern, zwischen Polizeien, Finanz- und Zollbehörden, Sozialbehörden, vielen mehr. Und klar muss aber auch sein, eine namensbasierte Recherche ist notwendig für sinnvolle Ermittlungen. Und deshalb gilt es, beides sachlich auseinanderzuhalten. Und hier, wie sonst im Leben gilt, das eine tun und das andere nicht lassen, sowohl Nadelstiche setzen als auch verkrustete Strukturen aufhellen und aufbrechen. Beides ist notwendig. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, rechtsfreie Räume und Kontrollverlust sind nicht progressiv, nicht fortschrittlich. Das Gewaltmonopol unseres demokratischen Rechtsstaates, es ist eine Errungenschaft, verteidigen wir sie. Und für die Unionsfraktion hat das Wort Mechthilde Wittmann.